Oh Ich habe es 7 zu 2, ja, das kann sie doch sehen, das ist nicht so schlecht Vor allem geil, ich habe auch alles daneben geschossen Au, 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 fuck, fuck, fuck Au, au, au Ah, fuck, I need a medic Oh, ich kann spielen Boah, leckt mich am Arsch, Alter Ich, ich kann tatsächlich spielen, endlich Boah, wie fucking knapp das war, Alter Ich habe 6% Leben, Alter Wow, gerade drin ist schon tot Ich bin hier richtig gut Und es leckt schon wieder, meine Fresse Bleib doch mal stehen Hilfe, bei Kill 19 bloß Ich hab doch voll viel getroffen Du musst da kurz vor einer Runde, wenn der riesen Turm bei Punkt A umfällt, muss ich mal drunter stellen, das sieht einfach nur episch aus Du stirbst zwar, aber es sieht einfach nur geil aus, ne? Ich bin gerade Norshakt Norshakt, äh, links, äh, Norshakt, 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 Norshakt Oh, verdammt, äh, zwei Panzer Fuck, jetzt will der Bock Ja, genau Das ist nicht passiert Fotze, du druggige Fotze Geh mal andere Waffe Ja Ja, 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 ja Doch, ich nehme jetzt mal die AKS Vielleicht geht die ab Yeah, mein Team hat verloren Gewöhn dich dran Hab ich schon We have secured the objective I repeat, we have secured the objective Na, guck, ich jetzt die AKS Hey, toll, sofort tot Okay, jetzt weiß ich, dass hier welche sind, Alter Schnell, schnell, schnell Los Komm schon Komm, 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 komm Ohne Scheiß, ich hätte nichts dagegen, wenn ich endlich mal gutes Internet hätte Ich glaub, da hat keiner was Oh, da ist er Hallo Aber irgendwie will bei mir sowas gar nicht funktionieren Hat's noch nie Internet hat mich bisher immer angepisst in solchen, äh, Online-Spielen irgendwie Ja, manchmal Ja, aber mich wirklich immer Wenn ich grad mal gut war, dann war schnell der scheiß Internet, dann war eigentlich der ja nicht echt Oh, Mann, ey Oh, Mann, ey Okay, die Waffe reißt irgendwie gar nicht, ey Wreck dich doch am Arsch, ey Ja, genau Kommst du mit der Viper her wieder? Ja, klar Oh, oh Alter, das Spiel hat grad angefangen und ich bin schon am Arsch Das ist so logisch Das ist so verdammt logisch Oh, Mann, ey, komm, ey Das ist so, wie, wie soll zocken da noch Spaß machen? Ohne Scheiß, wenn du nix machen kannst, ey Alter Oh, wie schlecht ich grad daneben geballert habe Boah Ach ja, mein Magazin kann ich leer schießen Witzig, aber irgendwie rumlaufen ist nicht drin Ah, Killers ist 50 echt jetzt Ah, so schwule Ey, ohne Scheiß, Mann, ich hab so keinen Bock mehr Ohne Scheiß, bevor ich mir irgendein neuer Spiel kaufe, kaufe mir erstmal irgendwie was, damit ich besseres Internet hab Alter, Mann Ein Ping von 58, was mir hier mal schnell ins Gesicht gelogen, na dankeschön Ich kann nicht mal laufen, aber ein Ping von 58 soll ich haben, logisch Da hast du gehört, Battlefield, ein Ping von 58 ist mir nicht gut genug Ja, weil's gelogen ist Ja, weil's gelogen ist Ich hab, hängen noch drei Nullen dran, dann stimmt's vielleicht Tja, ist er aber, Bad, ich will 3,000 mindestens Oh, oh, da, oh Da ist er doch Boah, 12 zu 5, das ist los Boah, 12 zu 5, das ist los Boah, 12 zu 5, das ist los Ja, ich stehe da hinten, das wird er mir klar drauf Ich bin ein Sniper, ein Sniper im Nahkampf, das ist auch immer das Beste Ja, haha Sehr nice Oh, ein Ping von 400, Mann Kann ich nicht einfach mal in Ruhe zocken? Ist das zu viel verlangt? Kann ich nicht einfach mal so in Ruhe zocken? Dann hör auf, dann spiel was anderes, wenn's so abfuckt Waffe wechseln ist auch nicht mehr drin Press Alt plus F4 for more XP Cool, ich hab grad auch einen gekriegt, so wie's aussieht Ja, 4 gegen 4 Mit meinem Internet, das ist ne Meisterleistung Ja, geil, ich krieg den auch noch 40 Läsig Boah Ey, scheiße, Mann, was hat Battlefield mit 1500? Wie mit 1500? Immer wenn ich schlechtes Internet hab, hab ich immer ein Ping von 1500 Wirklich immer Ja, das ist ne, keine Ahnung Glückszahl oder was? Ja Oh, verdammt Ich weiß nicht, aber mir bringt ein Ping von 1500 nicht so viel Glück Ich brauche ein Ammo Ich brauche ein Ammo Objektiv vergeben, ich bin objektiv vergeben Toll, schütze ein Helio auf meine Birne ab Oder ein Jet oder sowas Was ist das? Oh, ne Scheiße, ist ne richtige Meisterleistung Me-me-mein-meine Karte bei 1-2 ich weiß gar nicht aber wir haben gewonnen und wir haben gewonnen ach ich finde ich gut lag alles an mir du warst ja auslaken ja wenigstens bin ich nicht letzter das ist bei mir fast so ich hab 14 ich bin drittletzter position 12 ja und wer weiß boah geil mann 5 leute schießen drauf wer platziert rein zufällig den letzten schuss und kassierten kill ich äh hey 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 muni 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 hallo bitte hallo ich brauch muni ja hoffentlich geht mir auch hoffentlich bin ich auch mal so gut dass mir die muni ausgeht ja für Raketen ey da schiebt es nicht muni hey ey komm schon junge bitte ja gut sind ja nur 23 Tickets für die Gegner ey ich fass schon sinnlos ja ja schade er ist tot oh 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 ein richtig schöne äh hey der turn fällt um ach der ist umgefallen schade ich wäre jetzt hingerannt und hätte mich darunter gestellt Dattelschkeier. Außer ein Internetkack wieder ab. Vielleicht kommt es ja rechtzeitig wieder bis zum Schusser. Ich diese Musik lieber. Lieber. 15.5 ist ganz okay. War sauber. Ne, jetzt gucke ich mir erstmal eine Statsung an. KD von 3, ja. KS-Promino 0,6. Ja gut, dann werde ich mich jetzt verabschieden. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Tschüss.